Hey, meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Act 5 schon, die fünfte Staffel, meine lieben Freunde, die zweite Folge zusammen mit Mo. Hallo. Hallo, oh, nettes, nettes Kleid hast du da an. Kleid? Ja, aus welchem Material ist das? Ich glaube aus Diamanten. Aus Diamanten. Ja, meine lieben Freunde, die zweite Folge beginnt und ja, zwischen der ersten Aufnahme der ersten Folge und dieser, jetzt sind jetzt zwei Tage. Das heißt, es hat sich hier ein bisschen fennert, hier auf dem Grundstück von Mo und Felix, ne? Ja, ja. Also die beiden wohnen zusammen quasi und den anderen hat sich auf jeden Fall viel was getan. An unseren Equipment hat sich natürlich auch viel getan und ja, meine lieben Freunde, ja, magst du mir mal dein Haus zeigen? Dein krasses Haus? Oder darf ich das überhaupt in der Folge zeigen? Haus? Was? Was ist das denn, Alter? Ja, unser Haus. Bitte, Herr Fallmann. Oh, geil, Alter. Wo ist das Bett? Hä? Wo wollen wir denn schlafen? Was für Haus, Junge? Wir haben erst schon den Eingang gebaut. Ja, aber hä? Wie kannst du dir das haben, aber hier nur so ein Dreckspfütze, Alter? Ja, weil Felix, Felix für das Ding zuständig ist und keine Mama. Achso, okay, du bist der Farmer. Du bist der Farmer. Ich bin der Farmer. Geil, Alter. Okay, ähm. Ja, alles klar. Gut. Ich hatte mir heute überlegt, wenn du, bei BZW, ReW ist auf dem Server. BZW. Ja, immer zu. Richtig all, Mann. Hör mir zu. Da oben baue ich ja. Da oben so. Ah! Da oben baue ich ja auf der Spitze also über ReWi und ich hatte ja auch in der Kiste ein paar Diamanten noch getan, bisschen wie mein ganzen Stuff. Und ReWi hat halt gesehen, dass ich full Diamant, Diamant bin und da habe ich gedacht, der muss locker noch Diamanten haben. Er hat sich da hochgesneakt und hat welche geklaut. Und da hat mich auch in der letzten Folge, bisschen wie in der ersten, ja auch geschlagen. Und du, mein Freund, kriegst auch noch dein Fett ab. Was? Du hast in der ersten Folge die Gäste das Bett abgebaut und die dachten, ich wäre da. Und dann, ja? Was? Willst du sterben? Hör auf. Ja, okay, hör auf. Äh, stimmt, das wäre kein Diamant-Schwert. Bist du Kampf? Ich schwöre, ich töte dich, ne? Nein, nein, nein. Du weißt, wie wichtig ist. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß, genau. Ich bin im PvP besser, das wissen wir, aber... Ja, ja. Auf jeden Fall wird es Rache geben in dieser Folge für alle hier, die mit uns hier zusammen wohnen, außer mit dir, weil, ne? Du bist ja dabei. Ja, wissen wir, wenn ihr das Video jetzt seht, es wird jetzt um 8 Uhr kommen, ähm, in einer Stunde, also um 9 Uhr morgens, also jetzt in einer Stunde, beginnt mein Craft-Tech-Livestream, also auf twitch.tv slash petretlp oder einfach unter petret.tv erreicht ihr meinen Livestream-Kanal auch. Da werde ich Craft-Tech streamen wahrscheinlich den ganzen Tag wie so ein Suchti. Schaltet ein, das wird übertrieben lustig, ich denke mal, Mo wird im Laufe des Tages auch dazu stoßen und wir werden vielleicht ein bisschen mit Zuschauern labern, ähm, wie wir in Old Street Craft-Extreme das auch gemacht haben, ein bisschen Quiz-Time, also Quiz-Duell spielen, also wo wir halt, äh, wir uns Fragen beantworten mit Zuschauern und so bla bla bla, also richtig viele abgefuckte Sachen, natürlich Farmen, natürlich Bauen, natürlich ein bisschen die Welt der Kunden hier und, ähm, ja, da... Jetzt erzähl einfach, was wir machen wollen. Ja, entspann dich doch mal, eins nach dem anderen. Hör auf! Ähm, ich hab, äh, Obsidian gefarmt, hör auf! Ja. Und wir gehen auf jeden Fall in den Neta, weil erstens ist Quarz am Anfang sehr begehrt wegen Level und, äh, da wollen wir auf jeden Fall die Ersten sein und wir wollen, ähm, ja, ein Portal relativ Obvious bauen, damit die ganzen Leute hier einfach da reingehen und wir wollen da eine kleine Falle bauen, damit die sterben und dann wäre halt so geil, wenn Rehwi halt einfach da reinrennt und einfach alle seine Sachen, die er sich geklaut hat, einfach, die einfach alle verbrennen, so. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber weißt du, wie man, hast du... Wir kommen da unten eigentlich, weil ich weiß nur, wir haben ja... Ja, hier gibt's Geheim... äh, es gibt Geheimen gegangen. Ja, was? Wo? Äh, wo waren sie das? Warte mal. Ah, hier, von hier kann man runterspringen ins Wasser. Wo? Ah, Junge, was soll das? Ich hab mein Spawn locker nicht gesetzt. Okay, ich bin bei Rehwi gespawnt. Junge, was soll das, Mann? Ich dachte... Hier geht es und holt ihr Item, bevor ein Zombie dir anzieht, Alter. Weißt du, die Zombies können hier Sachen anziehen, Digga. Da kannst du nicht mit deinem Eisenschwert mal gegen den kämpfen, Alter. Ja, Zombie ist doch gar nicht bei Craft Detect dabei. Zombies, nicht Zombie. Junge, hör auf, mich ist hier... Wo, 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 ist das Richtige zu springen? Ja, von der Brücke. Wie, welcher... Von welcher Brücke? Ja, von der, die von mir zu der Insel führt. Wo die, ja? Aber du kommst eigentlich auch von da, wo du runtergesprungen bist, Reih. Ja, Lüge, Alter. Ich schwör, ich bin vorhin da rein... Ja, ich hab schon acht Tode wegen dir. Wegen mir? Ja, wegen dir. Wegen der Existenz, Alter. So, ich bring jetzt hier. Entschuldigung, okay? Entschuldigung, okay, gut. Ja, okay, bin gespannt. Wo bist du da? Junge, hör auf, den Bogen zu spannen, ne? Ich hab gar nicht... Junge, hör auf, den Spannst mit dem Bogen. Wo sind denn die Sachen? Ja, in den Möhren kannst du dir halt vertikal in den Arsch liegen, Alter. Ja, dann hier, hier, Entschuldigung. Ja, wo, was? Ja, warte, chill. Ja, sammel mal hin, wenn wir die Sachen einzusammeln. Wo sind die? Oh, hier, Zombie hat ja auch gesammelt, die ist doch Zombie. Nee. Doch. Hier liegen die doch, Alter. Ja, wo? Hier oben, bei mir. Ich hab nur zwei Sachen. Oh, komm, Zombie. Oh, Junge! Wo, wo? Oh, tüte den. Namen der Freundschaft von uns. Hast du da eine ganze Rutschung? Ja, hab ich nicht. Was denn fehlen? Ja, Helm und Hose und Spezsackel. Helm hast du auch? Ja, das ist ein Eisenhelm. Dann, oh Gott, dann liegen die im Wasser. Ja, nee, wir sammeln die jetzt. Hier liegt doch einer. Ja, sammel, ich töte die Zombies. So. Oha, da hat voll Sachen getroppt. Ja, guck. Wo? Da ist ein Helm hinter dir. Ja, und meine Schuhe. Äh. Ja, öh. Das Nachtweil ist halt kacke. Jungen, die haben wir jetzt voll... Hier liegt doch alles. Ja, wo? Entspannen sie sich. Hier oben ist es doch. Ja, ich hab... Okay, lass uns jetzt... Komm mit einfach, Alter. Ich weiß, ich glaub, ich hab die perfekte... Perfekte Ordnung. Boah, aber alle das sehen. Alle das sehen. Ja, ja, deswegen. Lass mich... Junge, Alter. Was sind das hier für krank viele Monster, Alter. Fuck, ey. So, zack. Okay, wo wolltest du das Portal denn bauen? Äh, ich hab mir gedacht, hier. Ja, hier können wir uns eigentlich echt bauen. Das ist eigentlich neben dem Wasserfall und sieht auch jeder. Ja. Tja. Zack. Du hast schon Dinge. Ja, ja. Oh, nein. Der Missplay. Ja, ich mach... Ich mach... Ich mach... Ich mach... Das dauert so fünf Jahre, den abzubauen. Ja, das ist echt voll die Strafe eigentlich. Zack. 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 Okay. Ich geh als Erster. So. Hör auf. Du... Du... Nicht-Gönner, ne? Du bist ja nicht-Gönner. Okay, ich lass dich vor. Ich sag, ob... Ich sag, ob sicher ist. Und? Okay. Komm mal rein. Hier ist einfach Cobblestone, ne? No joke. Hä? Wieso ist hier Cobblestone? Komm mal rein. Komm mal rein. Guck, hier ist Cobblestone. Hier. Lol. Oder sind wir jetzt in einem Portal, wo schon jemand war? Hä? Nein, hier ist ja niemand. Bisschen wie... Oh, wir gucken, wir gucken. Wir gehen mal ein bisschen hier rum. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich hab, ähm... Okay, ich hab dabei... Hä? Warte, siehst du hier Quart? Warte, Koordinaten aufs Spiel, bevor wir zu weit rennen, ne? Hä? Hier war... Das kennen... Doch, hier ist Gott. Yeah. Und hier ist auch quasi... Ja, hier war niemand. Hier, Alter. Wo ist das Cobblestone? Wobei Cobblestone ist auch ganz normal im Nähter, ne? By the way, fällt mir grad ein. Stimmt. Ja, manchmal, ne? Ja, ja. Doch, doch. Aber doch nicht so behindert. So einfach so... Ja, doch, doch, doch. Das macht schon Sinn. So. Hier ist kein Dings. Wir suchen mal... Wir brauchen, ähm... Wie, da? Der will an, oder was? Äh... Was für... Junge, ne? Oder in die Slava. Vielleicht sehen wir ne Festung. Können wir Sattel holen, dann kann ich Belteres zurückholen. Ja, Belteres wird zurückkommen. Du lachst, ne? Junge, der wird... Genau wie das war. Mit Flügeln und schwarz im Haupt, Digga. Holst du den irgendwie zurück. Auch wenn das Vanilla ist. Ah, Junge. Luna und Bruno kommen auch zurück. Luna. Wo bist du, Digga? Komm mal runter, hier zu mir. Ich hab Angst, verdammt. Wo bist du da? Ähm... Alter, Bruno ist doch bei dir. Ne, das ist unser Potan, ne? Ne, das ist unser... Äh... Das ist unser... Hä? Hä? Junge, sind wir in den Kreis gerannt? Ja. Ja, okay, lass mal hier. Ey, warte hier. Ich hab doch irgendwo... Äh... Ich hab doch hier irgendwo Lama geschickt. Junge, ich schlag mich bloß nicht da runter. Junge, hör auf! Sorry, sorry, ich wusste nicht, dass du... Digga, da geht's richtig tief runter. Jetzt brauchst du jetzt ehrlich keine Faxen schieben, ne? Okay. Oh Gott, ich hab richtig Gänsehaut, ne? Mein ganzer Oberschleck ist voll mit Gänsehaut, Digga. Geh da nicht hin. Wir müssen anders da runterkommen. Wir müssen Lava holen, irgendwie. Lass uns diesen Zombie-Pigment töten. Nein, dann greifen uns alle an. Da ist doch nur einer. Ja, und? Das ist aus der Agro, dann. Das sprisse ich dann rum. Hä? Hier geht eine Treppe hoch. Hä? Das kann nicht sein. Der Einzige, der nähter ist, ist Basti. Hä? Hab Angst. Geh hoch. Jetzt komm, ihr... Junge, ich hasse dich, ne? Das war eine Falle, so locker von dir. Junge, ne? Geh, wir dürfen... Hä? Aber warum greift ihr uns an? Das macht keinen Sinn. Jetzt greifen wir uns alle an. Jetzt sind ja die, ist auch nur einer. Ja, GG, Alter. Wir werden sterben. Oha, Digga, warte. Wir müssen uns rüberbauen, Moment. Wir haben jetzt keine Faxen. Nein, ich schlag dich runter einfach. Nein, machst du nicht, Alter. Nee, mach ich auch nicht. Okay, runter hier. Hast du Schaufel? Ich hab Schaufel. Neh mal ein bisschen Soul-Stand mit. Digga, Seelensand, Digga. Eigentlich voll krank. Das Spiel ist für Kinder, Digga. Oh, ich bin allergisch gegen diesen Sand. Ja? Ja. Krass, Alter. Wie, wie? Brudo dagegen auch allergisch. Dann kann man hochgehen, hier ist bestimmt irgendwas Geiles. So mal Festung oder so, oder Lava wenigstens. Sind die noch böse auf uns? Leute, seid ihr böse? Nee, die vergessen schnell die. Das ist wie GTA, wenn du Sterne verlierst, so. Ja, ich glaub, die haben Demenz. Wenn du lange versteckt bist oder dein Auto sprayst mit Farbe, dann checkt die nicht mehr. Oh, Pilze. Okay, Pilze ist nichts Besonderes. Wo erstmal die ganze Sachen farm, Alter. Ich schwöre, Leute, heute im Leistenbläger, ich werde einfach wie so ein Gott rauskommen aus diesen Leisten. So mit so Protection 10, Alter, oder so. Soll ich für dich mit entzaubern, einfach alles? Äh, kannst du machen. Zack, 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 zack. Kann ich diesen Stein mitnehmen, diesen... Mhm, aber man muss sneaken da drauf, dann kriegst du keinen Schaden. Okay. Wir müssen, ähm... Ja, x-15 und z-40. Ist ja nicht so weit. Wieder zurückkommen, oder was? Wir sind zum Portal, da müssen wir doch jetzt Lava setzen. Ja, ja, ich weiß, glaub ich, auch noch, wo das war. Ja, ich hab die Kandidaten abgespielt. Also x-15 erst mal, mein Freund, ne? Und bitte keinen Zombie anhitten. Der würde uns jetzt nie Probleme machen. Ah, Jäger, ja, verschwärm einfach. Voll mit Wolle, Alter, so voll wertvoll, Alter. Ach, wir haben genug. Ah! Lass ihn ficken, lass ihn ficken, da Träne. Hast du? Der hat aber nicht Träne gedroppt, ne? Doch, da Träne gedroppt. Ich will die haben, ich will die haben. Ja, nimm die, nimm die. Minus 15 müssen da lang. Und 44, ja, hier. Die ist so gruselig, ne? Die ist so... Ja, ja, so, dieses Sound-Effekt, den Minecraft sind echt heftig, ey. So, wir müssen irgendwie, ja, irgendwie hier runter jetzt, dann kommen wir zum Portal. Hier müssen wir auf jeden Fall zum Portal kommen, ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, komm, komm. Okay, endlich, juhu! War eine schwere Gebäude. Okay, wie machen wir das am effektivsten, dass man, wenn man, dass man nicht direkt sieht, dass... Ja, wollte ich auch gerade sagen, so ein Loch, weil... So tiefer so, dass man nicht direkt checkt, ne? Aber machst du nur ein Graben? Oder zwei? Zwei. Auf beiden Seiten. Also zwei, zwei. Junge, aber wie kommen wir gleich... Ja, wie kommen wir... Das war Kacken, ne? Ach nee, wir können uns ja hinbauen. Ja, aber wenn, äh, ja, ja, gut. Mehr oder weniger. Ähm. Boah, meinst... Waro. Man könnte... Wir könnten... Ja doch, guck mal, weil, guck mal, wenn man hier reinkommt, man sieht zuerst so... Oh, ich will nicht teleportiert werden. Man sieht so... Ja, rote Blöcke, geh ich mal da hin. Ja, man macht einfach so den hier so und dann... Ja. Also, würde ich machen halt, ne? Ja, ja. Mal sehen. Vielleicht läuft einer rein. Wäre halt geil, ne? Muss, Digga, muss... Einer wird einer reinlaufen. Und von sechs Leuten wird, oder so, wird einer mindestens reinlaufen. Okay, wir machen das einfach mal so. Vor allem die Lava fließt hier richtig ekelhaft, Alter. Pass auf, wie schnell die fließt, Digga. ETF, ey. Fließt so schnell hier. So. Und da rein... Du brennst auch schneller im Netter, ne? Also du verliest mir Schaden. Echt schwer da... Ja, der nicht, Digga, der ist Resistenz. Hopp. Klar, Digga, der wohnt hier, Digga. Ist ja ne Hut, Alter, warum sollte der sterben? So. Zack. Nimm mal alle Lava einmal, die wir aufgesammelt haben. Mach auch nicht so hoch, weil wenn die zu hoch waren, dann sieht man das direkt so. Wenn man das aber so ein bisschen tiefer macht, ist das so ein bisschen secret. Jetzt müssen wir halt nur noch da hochkommen, ne? Ja, nicht mit Wolle block, Digga. Digga, das schafft man doch eigentlich auch so den Sprung, oder? Tschüss. Oh, lol. Was? Lol. Warte kurz, lass mich kurz kommen. Lol. Warte, ich komme. Lol. Okay, sind wir da, wo ich denke, wo wir sein könnten? Wir müssen ja bei... Ne, wir sind nicht bei uns. Wir sind nicht bei uns. Wir sind bei irgendjemandem, der auch schon ein Portal gebaut hat. Oh, Mann, Alter. Geh, ja, ge, ge. Okay, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir gehen jetzt einfach ganz gechillt zurück und ich hoffe, da rennt einer rein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut beim lieben Mo vorbei und schaut bei meinem Livestream vorbei, da bin ich jetzt gerade online. Ja, haut rein. Schönes Wochenende natürlich noch und tschüss. Ciao.